Wir spielen mal eine kleine Runde Kaktus Cowboy 3. Das Ding ist komplett kostenlos. Es ist eigentlich ein Quest-Spiel, so ein Oculus Quest-Müll. Teil 1 und Teil 2 gibt es nicht auf Steam. Teil 3 gibt es kostenlos. Dann gibt es noch Kaktus Cowboy Plants at War, das ist auch kostenlos. Und dennoch Modern Warfare oder Modern War und das kostet 16 Euro. Also ich würde euch die zwei Spiele empfehlen. Weil so dolle sind die auch nicht. Aber für kostenlos kann man es spielen. So, wir spielen auf Normal. Ihr seht schon, den Grafik ist auch nicht so der Hammer. Äh, und es passiert gar nichts. Eigentlich müsste es da passieren. Also ich habe es bisher noch nicht gespielt. Und viel erwartete ich persönlich auch nie im Spiel. Aber für kostenlos ist es schon mal ganz gut. Aber gerade ist es immer nicht gut. Okay, sehr interessant. Okay, sehr interessant. Na? Wollen wir was machen? Oder nicht? Ah, jetzt. Na, pa, 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 pa. Okay. Okay. Die Grafik ist... Also für Free2Play ist die Grafik schon. Okay. Ihr könnt die Waffen leider nicht in zwei Hände halten. Also halt, ihr wisst bei meiner. Ihr habt alles nur in einer Hand immer. Das ist, was ich persönlich nie so dolle finde. Und es soll über neun Level geben. Also über acht Level. So. Können wir jetzt mal? Ach. Habt ihr jetzt, kriegt das Spiel auch nicht mehr. Hallo, ich wollte was spielen. Oh. 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 die musik machen wir ein bisschen leise weil die nervt extrem also wirklich die die nervt ex wirklich extrem so okay 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 ok also jedenfalls zwei karakteren spieler weg die gratis dinger und noch ein anderes ding und das andere ding hat oder tropfen wirklich du verarschst mich doch wohl wieso kann ich nicht doch komm ich will die glocke haben so scheiße Woops. Ach komm schon wirklich. Brauch ich trotzdem bisschen Munition wieder. Oh komm, no armor. Und das ist viel Scheiß hier. Einfach hier noch. No armor, hoch armor. Oh, die Klappi-Promotion. Munition. Einfach keine Munition da. Ich habe schon mit dem Kaka. wühle man kann selber so eine motion machen vielleicht mal im Ataxa auch okay schon mit links schießen eine ganz blöde sache ok doch gar nichts jetzt meine fresse klicken sie hörten ein klicken noch mal emotionen das ist ja die motionsmäßig ist ja hier absolut man kann nicht mal die aufeinander benutzen ist doch doof auch nur nicht die schon wieder das patroon also ziel und so funktioniert okay habe ich nichts mehr drin ok jetzt geht es damit das ist schon anstrengend gehen wir zurück wegen energie noch ein bisschen schnell zurück genau springen gehen wir nach hier gehen wir nach hier also er ist niedlich was ich habe nur 10 dazu bekommen ne 15 würde ich mich verarschen soll ich jetzt überleben los wo ist die reine frei nein auf die wandern die so ja Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nein, oh fick die Wand dann Es ist aber nun mal das Anfang oder was? Also, Randy? Okay, da ist ein Mat. Okay. Okay.